Herzlich willkommen bei der 39. LinkedIn Show mit Datenschmutz. Wie manche behaupten die beste wöchentliche B2B Talkshow im deutschen Sprachraum, wie andere sagen die einzige. Wie dem auch sei, er ist der einzige Engin Esa auf LinkedIn und er ist heute bei mir zu Gast und wird über seine Erfahrungen und die technischen Hintergründe des ersten virtuellen DachTV Barcamps berichten. Das ging am 2. Mai über die digitale Bühne und war ein ganz ganz grandioser Erfolg. Doch bevor wir in die jüngste Vergangenheit reisen, machen wir noch einen Ausflug in unsere Lieblingszeitzone, nämlich in die Gegenwart und da gibt es sehr Erfreuliches zu berichten. Die zweite Impressed Challenge ist gestartet gemeinsam mit fünf Kolleginnen, die ganz unterschiedliche Expertisen haben. Von der Stimme, über Rhetorik, Sprachmuster, Kontaktaufbau, Storytelling. All diese Themen, über die bekommt ihr von uns Feedback, von mir über digitalen Ersteindruck, Online Präsenz. Ihr ladet dazu euer zweiminütiges Pitchvideo hoch und das sehen nur wir. Ihr bekommt euer Feedback auch privat und ja, das kann sehr, sehr helfen, die eigene Präsenz, die eigene Wirkung zu verbessern. Die Teilnehmer unserer ersten Runde waren recht begeistert und wie das im Detail aussieht, verrät euch dieser Clip. Nicht kommunizieren spielts nicht. Darauf hat schon Paul Watzlawick vor vielen Jahren hingewiesen. Ob Face-to-Face oder ein Videomeeting, ob deine Botschaft ankommt, hängt von vielen Faktoren ab. Welchen ersten Eindruck hinterlässt du, wie gut kannst du Kontakt herstellen, wie setzt du deine Stimme ein, welche Begriffe und Formulierungen wählst du und welche Geschichte, welche Emotionen kommen bei deinem Gegenüber an. Das zu wissen, macht dich zu einem viel besseren Kommunikator. Melde dich jetzt bei unserer Impress-Challenge Nummer 2 an und du bekommst Feedback von uns zu all diesen Bereichen. Lade dein 2 Minuten Pitchvideo hoch und erfahre, wie du auf andere wirkst. Vollkommen kostenlos, unglaublich wertvoll. Du hast dazu Gelegenheit bis zum 12. Mai. Lasse dir nicht entgehen. Wir freuen uns auf dein Video. Los geht's. lo Das Zeitfenster ist nicht groß, also mit anderen Worten ran an das Smartphone. Oder an die Laptops, Webcams, Spielreflexkameras. Schickt uns euren 2 Minuten Pitch. Wir sind sehr gespannt auf die Videos. Das ist noch eine ganze Latte besser als ein Vortrag oder ein Artikel. Ihr bekommt nämlich wirklich sehr, sehr persönliches Feedback eben darüber, wie ihr wirkt, wie ihr eure Stimme einsetzt und letztendlich, was beim Gegenüber ankommt. Oh, sorry, sorry für die Tonprobleme zu Beginn. Ein Fehler im Monitoring-Setup. Ich hoffe, das funktioniert jetzt für alle. Ja, ihr habt nichts Drastisches versäumt. Willkommen hier bei der 39. LinkedIn Show. Wir befinden uns, das verrät die Zahl bereits, eine Sendung vor der Jubiläumsausgabe. Und ich habe ein kleines Rätsel gestellt gestern auf LinkedIn. Und zwar Rebus heißt diese Art von Rätsel, also Bildrätsel, wo man diese Bilder da erraten muss. Und das Lösungswort war oder ist der Name meines heutigen Gastes in der Sendung, nämlich Engin Esa. Ich kann es jetzt ja verraten. Engin wird uns heute erzählen über seine Erfahrungen mit dem DACH-TV-Barcamp, mit dem ersten virtuellen Barcamp am 2. Mai. Und ja, ich glaube, es war gar nicht so einfach. Das erste ist kein Pferd, sondern ein Hengst. Und das zweite kein Motor, sondern eine Maschine. Und das dritte wären die oder der Browser. Und wenn man das Ganze richtig zusammensetzt, dann kommt eben Engin Esa heraus. Und ich habe, um es etwas spannender zu machen, auch einen Preis in Aussicht gestellt. Und zwar sollte unter allen richtigen Einsendungen eine Minute Werbung in der 40. LinkedIn-Show in der nächsten Woche am 14. Mai verlost werden. Ich habe mich aber entschlossen, in dem Fall, ja, dass es nicht einen Gewinner geben wird, sondern wir hatten 13 oder 14 Teilnehmer. Das heißt, das sind 13 oder 14 Minuten. Ich glaube, 14 waren es. Herzliche Gratulation. Ihr habt alle gewonnen. Also, mit anderen Worten, alphabetisch sortiert nach dem Vornamen, Bärbel Redlich, Christoph Wolf-Brenner, Daniela Stöllner, Ilja Dörth, Ingmar Kupferer, Jana Baruani, Janett Schmidt, Miroslav Bergl, Patrick Weiler, Oliver Zigan, Sandra Ischi, Sophie Frings und Stefan Poschlik. Ich brauche von euch, beziehungsweise ich bitte euch um eine Minute Werbeclip. Ich werde euch noch anschließend eine private Nachricht schicken. Ihr könnt mir die über Dropbox oder wie auch immer zukommen lassen. Eine Minute MP4-Format. Wer keinen Clip hat, kann gern natürlich eine Grußbotschaft an die Zuseherinnen und Zuseher aufnehmen. Oder mir auch Standbilder, eine Slideshow schicken. Da sind wir ganz flexibel. Wird dann in der nächsten Show abgespielt. Herzliche Gratulation. Freut mich, dass ihr mitgemacht habt. Lauter Rätselfüchse. Das war natürlich so, dass man die Lösung hier nicht posten konnte, durfte. Öffentlich haben sich alle brav daran gehalten. Ich musste keine Kommentare löschen. Sonst wäre es ja für die Nachfolgerin zu einsam. Einfach, einfach, nicht zu einsam. Also, mit anderen Worten, wer Engineser richtig erraten hat und mir eine Nachricht geschickt hat, ist in der 40. Jubiläumsshow dabei. Ich habe mir gedacht, das ist ja eigentlich eine feine Sache, weil, ja, wir sind keine Fernsehsender. Wir haben auch bei meiner Session beim Barcamp viel darüber diskutiert, über die Zukunft von Livestreams, über die Formate. Und Bottomline, ganz kurz gesagt, das ist Community TV. Es geht um die Zuseher und deshalb finde ich es auch super cool. Und ich hoffe, dass ihr mir alle Clips schickt. Wie gesagt, eine Woche ist Zeit. Seht es als Challenge. Das sollte ja auf jeden Fall machbar sein. Das heißt, wir sehen dann nächsten Donnerstag um 16 Uhr eine, ja, ganze Menge Werbeclips. Ihr dürft mir auch gerne, wenn es euer Unternehmen ist, eine ganz klassische Werbung schicken, wie ihr wollt. Ich werde die dann einfach alle nacheinander schreiben. Spielen, spielen, abspielen. Tja, und in diesem Sinne freue ich mich natürlich wie immer über eure Kommentare und Anmerkungen. Und dazu noch gleich einen zweiten Hinweis. An diesem kommenden Donnerstag gibt es noch ein Special. Und zwar, ich habe ja immer am Vormittag, so auch heute von 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr, meine Social Media-A-Vorlesung. Gibt in diesem Semester keinen regulären Uni-Betrieb. Basiert also alles über Virtual Learning, beziehungsweise über Livestreams. Und ich habe da bisher Twitch benutzt. Und am Donnerstag habe ich, wie sonst auch in regulären Semestern, wo es eben Gastvortragende gibt, die dann auf die Uni kommen. In dem Fall habe ich eine virtuelle Gastvortragende. Und zwar Dr. Natalia Wichowski, linked in Einhorn und Personal Branding Expertin. Ich freue mich sehr drauf. Und der Grund, warum ich euch das erzähle, ist nicht nur, dass ich mich freue, so eine tolle Gastvortragende zu haben, sondern dieser komplette Stream. Wir werden den Gastvortrag über Zoom machen. Der wird live übertragen, über Twitch, über LinkedIn. Ihr findet die entsprechenden Infos auch auf meinem Blog. Link folgt in Kürze in den Shownotes. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, schaut euch das an. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Es wird auch selbstverständlich die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und wenn ihr denn in Zukunft die aller Gelegenheiten nicht mehr verpassen möchtet, ich höre dann oft im Nachhinein, du hast ja nichts gesagt, dann wäre das der perfekte Moment, mein Bulletin zu abonnieren. Den findet ihr auf datenschmutznetz.bulletin. Ist ein Newsletter mit LinkedIn-Tipps, Tricks, Anleitungen, Profi-Kniffen. Und wenn es solche Specials gibt, wenn es Vorträge gibt oder eben wie letzte Woche eine öffentlich zugängliche Webinarreihe, dann erfahrt ihr das hier zuallererst. Auch 2020 ist der gute alte Newsletter immer noch zuverlässiger als diese launischen Social Media Algorithmen, wo man ja nie ganz genau weiß, was denen eigentlich so einfällt. So, ich werfe mal zwischendurch einen Blick auf die Kommentare. Und hier an dieser Stelle sollte ich auch sagen, es gibt heute eine FAQ-Edition. Ich habe ein paar Fragen, die, glaube ich, für einige von euch interessant sein könnten. Zusammengefasst aus der Webinarreihe letzte Woche in Gras, die werden wir dann durchgehen. Wenn ihr irgendwas wissen möchtet, wenn euch irgendwas Spezielles bezüglich LinkedIn auf der Seele lastet ist, vielleicht übertrieben, oder im Kopf herumspuckt, dann stellt ruhig eure Fragen in den Kommentaren. Entweder ich beantworte sie gleich oder in einer der nächsten Sendungen. Beziehungsweise könnt ihr mir natürlich gerne auch jederzeit eine Nachricht schreiben. Liebe Schaki, herzlich willkommen. Danke für die Glückwünsche. Ja, 40 Sendungen, das war ganz schön, ja, ganz schön viel. Vielleicht zieht sich irgendwann da bei der 400. Vielleicht gibt es dann gar keine Livestreams mehr. Wer weiß, wer weiß. Prognosen sind immer sehr schwierig. Speziell, wenn sie denn die Zukunft betreffen. In diesem Sinne, kommen wir jetzt zu. Frag den Ritschi und wie bereits angedroht heute in rascher Folge eine ganze Batterie. Ja, ich bin versucht zu sagen, geradezu ein Fragenfeuerwerk. Wir starten gleich direkt without much further ado, wie Shakespeare zu sagen pflegte, direkt in die erste Frage. Wie gesagt, das sind lauter Fragen, die in den Gründerwebinaren letzte Woche gestellt wurden. Soll ich als Unternehmer den Schwerpunkt auf die Company Page oder auf mein Profil legen? Das ist natürlich speziell für EPUs, für kleinere Startup-Teams eine ganz relevante Frage. Wenn man als größeres Unternehmen, ich sage mal, keine entsprechende Infrastruktur oder auch kein größeres Team zur Verfügung hat, da ist die Antwort ganz, ganz klar. Company Page gehört angelegt. Auch für EPUs, auch für kleine Startups. Allein schon, damit man ein Logo und die Eintragen kann beim Lebenslauf und dem die Company Page verlinken. Wenn die Ressourcen für die Bespielung ohnehin knapp sind, dann konzentriert euch auf jeden Fall lieber auf euer persönliches Profil. Das hat die wesentlich größere Reichweite. Also da würde ich gerade am Anfang bei kleinen Teams von der Positionierung von Branding die Gründer mehr im Zentrum sehen und die Company Page eher sekundär. Dann später, wenn euer Startup auf hunderte, tausende, zehntausende Mitarbeiter angewachsen ist. Employer Branding, Company Page super, super wichtig. Aber gerade am Anfang Positionierung über die persönlichen Profile. Die nächste Frage, warum tauchen die View-Zahlen nur manchmal auf? Ein in letzter Zeit recht häufig beobachtetes Problem. Ihr seht ja bei euren eigenen Postings die Reichweite, die dieses Posting im Feed erzielt hat. Interessanterweise bei den Videos, das hat sich im Internet irgendwie so eingebürgert, da sind die Views öffentlich. Wobei bei Video-Postings die Views nicht das gleiche sind wie bei anderen Postings. Bei den Videos bedeutet View, dass jemand mindestens drei Sekunden zugesehen hat. Bei den anderen Posting-Typen bedeutet View, dass das Posting im Feed angezeigt wurde. Ob der dann drüber gescrollt hat oder das wahrgenommen hat, steht auf einem anderen Blatt. Bei drei Sekunden vielleicht auch. Wie dem auch sei, die Video-Views sind immer öffentlich für den Ersteller, für den Publisher des Videos genauso wie für jeden, der sich das ansieht. Bei den anderen Status-Updates sieht man das nur als Outdoor. Zumeist. Manchmal, wenn man dann aber die eigenen Status-Updates sieht in der Zeitleiste, in der Activity-Box oder Newsfeed, dann werden da keine Zahlen angezeigt. Das ist vor allem oder häufig so, bei Status-Updates, die noch keine 24 Stunden alt sind, gibt es teilweise offenbar Caching-Issues. Letztendlich handelt es sich um einen Bug. Manchmal werden auch anfangs überhöhte oder zu niedrige Zahlen angezeigt. Das wird meistens im Verlauf von 24 bis 48 Stunden korrigiert. Aber wie gesagt, wenn ihr da mal ganz eigenartige Zahlen seht, die vor allem auch nicht im Einklang stehen mit der üblichen Engagement-Rate, dann ist es durchaus möglich, dass sich ein Käferchen eingeschlichen hat. Sollte ich am Wochenende posten? Auch eine Frage, die immer wieder auftritt, genauso wie die nach dem richtigen Posting-Zeitpunkt. Ich habe festgestellt, in meiner Branche, die naturgemäß sehr, sehr online-affin ist, da tut sich am Wochenende mittlerweile auch einiges in LinkedIn. Aber die größere Aktivität, die größere Zahl von Nutzern ist natürlich während der üblichen Büro-Arbeitszeiten von Montag bis Freitag anwesend. Und auch hier würde ich sagen, wenn du so viele Postings oder so viele Themen hast, dass du denkst, das geht sich mit zwei am Tag kaum aus, dann kann man über das Wochenende schon nachdenken. Ansonsten würde ich mich auch auf die Kernweb-Arbeitszeiten beschränken. Man merkt da schon eine recht deutliche Korrelation im Zusammenhang mit den normalen Büro-Arbeitszeiten. Die vorletzte Frage hängt auch zusammen mit der Zeit. Allerdings geht es hier nicht um den Zeitpunkt, sondern um den Abstand zwischen zwei Postings. Und das ist in der Tat eine sehr, sehr relevante Frage. Das betrifft sowohl die persönlichen Profile als auch die Company-Pages. Ihr solltet wirklich darauf achten, zwei Postings nicht zu knapp hintereinander abzusetzen. LinkedIn zeigt in der Regel immer nur ein Posting von einem Nutzer im Feed an. Das ist schon eher ein Ausnahmefall, wenn da zwei auftauchen. So eine gängige Best-Practice-Empfehlung lautet, dass man mindestens vier Stunden dazwischen lassen sollte. Relevant ist das ja sowieso nur dann, wenn man mehr als einmal am Tag postet. Beziehungsweise ganz speziell dann, wenn man vielleicht mal auf einer Messe ist oder mehr berichten möchte. Es wird in Kürze die Stories geben. Weniger ist mehr, zu kurzer Abstand, da, wie es schon schön heißt, kannibalisiert man sich selbst die Reichweite seiner Postings. Unsere letzte Frage für heute, Teil 2, folgt dann in der übernächsten Woche. Gibt es ein Analytics-Tool für LinkedIn? Ich habe es hier an der Stelle auch schon mal erwähnt. Ja, gibt es und zwar nur ein einziges, wenn man jetzt mal von den Plattform-Internen relativ bescheidenen per Post- und Company-aggregierten Statistiken absieht. Und zwar Shield, Shield Up heißt das Ganze. Also Shield und Up wie Application. Und das ist der einzige Anbieter, die sind whitelisted von LinkedIn, können die Daten auch in Echtzeit auslesen. Man bekommt so aggregierte Daten über Wochen, Monate, wählbare Zeiträume und vor allem auch Einzeldaten zu den Postings. Das Problem ist ja, wenn man das händisch macht, müsste man das am Ende des Monats fast nachtragen. Es gibt ja doch immer wieder Postings, wo auch im Nachhinein einiges an Aktivität passiert. Das ist sehr viel Arbeit. Shield nimmt diese Arbeit ab. Das Pricing für Unternehmen gibt es Volumen-Accounts für einzelne Nutzer, wenn ihr euren eigenen Account damit laufend analysieren wollt, kostet das 8 Dollar im Monat bei jährlicher Zahlung. Also 96 Dollar im Jahr. Finde ich, für jeden, der schon länger online arbeitet und um die Relevanz von Analyse weiß, sehr, sehr wichtig. Das Team entwickelt Shield auch sehr rasch weiter. Es wird in zwei, drei Wochen einen neuen Release geben. Und wenn ihr Analytics braucht, dann ist es in jedem Fall ausnahmsweise nicht so, dass man Bewerber vergleichen müsste oder die Marktsituation analysieren, denn es gibt nämlich keine. Shield, wie gesagt, das derzeit einzige Analytics-Tool für LinkedIn. Whitelisted, ja, sehr, sehr nützlich, schätze ich ganz ausgesprochen. Und damit nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Wenn du eine Frage hast, schreib mir eine Nachricht, poste sie in die Kommentare oder du kannst natürlich gerne auch auf datenschmutz.net slash LinkedIn.show das Formular verwenden, wahlweise mit Credit oder, oder aber auch sehr gerne anonym. Und wo wir schon von den Gründerwebinaren in Graz sprechen, hier noch ein kurzer Rückblick mit ein paar, zwei Minuten, eine Minute 30 mit ein paar Rückmeldungen von Teilnehmern. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, war eine ganz, ganz tolle Runde. Die Gründungsakademie hat uns insofern geholfen, weil wir uns jetzt auf LinkedIn hochprofessionell präsentieren können. Und dadurch auch mit unserer Zielgruppe besser direkt in Kontakt reinkommen. Also meine Learnings vom LinkedIn-Workshop waren, dass man LinkedIn tatsächlich kontinuierlich betreiben muss, dass man sich da wirklich täglich Zeit nehmen muss, circa eine Stunde. Und das versuche ich jetzt auch tatsächlich umzusetzen und dieses Profil pflegen, also dass es nicht eine einmalige Sache ist, sondern man wirklich täglich Zeit damit verbringt und das noch wirklich Sinn hat und Effekte zeigt. Mein Highlight bei der Webinar-Reihe letzte Woche, das war ganz klar, der letzte Tag nicht inhaltlich, sondern weil am letzten Tag noch immer fast alle Teilnehmer bis zum Ende dabei waren. Das hat mich sehr gefreut. Das ist ja oft so, wenn man eine vierteilige Sache macht, man schaut da mal rein, ob einer das interessiert. Wie gesagt, dass am letzten Tag noch so viele Teilnehmer waren, das habe ich wirklich hammermäßig gefunden. Und ich habe dann, abgesehen von dem Chat und von dem Webinar, nachher auch noch one-to-one sehr, sehr nettes Feedback bekommen. War für mich eine großartige Erfahrung, hat mich extrem gefreut, dass alle so intensiv mitgemacht haben. Über derlei Feedback freut sich der Webinar-Leiter natürlich sehr. Und damit, bevor uns Engin vom DACH-TV-Barcamp vom Samstag berichtet, kommen wir zu den Status-Updates der Woche. Jens Polomsky, immer ganz am Puls, Zahn der Zeit bei neuen, interessanten Features, berichtet von einer Verbesserung beim Google Podcast. Neben iTunes, Spotify, Anchor und den üblichen Verdächtigen, betreibt ja auch Google eine sehr, sehr ausgedehnte Audio-Podcast-Infrastruktur. Wie üblich natürlich mit dem großen Vorteil, dass man diese Podcasts als quasi Suchmonopolist auch sehr eng mit der Suche verzahnen kann. Anders gesagt, man möchte als Podcast-Anbieter dann natürlich auch sehr gerne vertreten sein in Google. Und die Funktionen dieses Podcast-Managers, die werden jetzt verbessert. Es gibt eine sekundengenaue Auswertung. Man kann also sehr detailliert herausfinden, ob es irgendwelche Absprungpunkte gibt, wann die Zuseher beginnen zuzuhören, wann sie weggehen vor allem. Und ja, vor allem, wie gesagt, sehr spannend, die Kombination mit der Suche. Man kann jetzt die Eigentumsrechte in einem eigenen Podcast beanspruchen. Ich habe mir den Prozess noch nicht angeschaut. Und ihn dann über die Google-Suche in Google Assistant und in der Google Podcast App eben einer potenziell sehr, sehr großen Zahl von Nutzern präsentieren. Mein Podcast wird von Anchor an Google und die anderen Anbieter weitergereicht. Ja, sollte man sich sicherlich mal aktiv drum kümmern, Property Claimen und immer gut mit den eigenen Inhalten in der Google-Suche vertreten zu sein. Das aber nicht der einzige Hinweis von Jens. Er hat auch einige Fakten zu den bereits in letzter Zeit mehrfach erwähnten LinkedIn-Stories. Die kommen so sicher über uns wie das Amen in der Kirche bzw. in Brasilien. Gibt es sie bereits interessant nur auf mobilen Geräten verfügbar. Die Länge der Videos liegt bei 20 Sekunden. Und wie man es auch von Instagram kennt, grundsätzlich sind die Stories 24 Stunden verfügbar, können aber auch in Sammlungen archiviert werden und via Privatnachricht geteilt. Außerdem wird angezeigt, wer die eigene Story gesehen hat. Scheint anscheinend nicht anonym, sondern offenbar mit Personen. Ja, hier gibt es auch einige Screenshots, wie denn eine solche LinkedIn-Story dann aussehen kann. Das oben mit den runden Eignis, das kennt ihr. Das ist ähnlich implementiert in anderen Plattformen. Und ja, vertikales Format mit den Stickern und den üblichen hier. In dem Fall natürlich in Brasilien, in Rocheta oder Coche. Wird sicherlich in anderen Ländern auch nachgezogen werden. Und der Grund, warum LinkedIn in der ausgerechneten Brasilien als Testmarkt ausgewählt haben könnte, der wird wohl auch damit zu tun haben, dass das eines der südamerikanischen Länder ist, in denen Social Media oder Internet generell zu einem sehr, sehr hohen Grad mobil genutzt wird. Und in dem auch das Story-Format auf Instagram, auf Facebook und auf anderen Plattformen noch überdurchschnittlich populärer ist als in anderen Ländern. Also warten wir mal. Kann ja manchmal auch ganz schön lange dauern, bis alle Features für alle Nutzer verfügbar sind. Wie zum Beispiel der Marketplace, den haben viele noch immer nicht. Von wegen Potenzial. Benjamin O'Daniel merkt hier vollkommen richtig an, dass auch in der LinkedIn-Suche noch sehr viel Potenzial steckt und vergleicht die Suche dann eben auch mit der Google-Suche. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge an Signals, wie Daniel hier vorschlagt. Man könnte neben den bloßen Keywords, die im Profil vorkommen, auch zahlreiche Social Signals auslesen, wie oft etwa eine Person zu einem bestimmten Thema postet. Lässt eigentlich diese Dinge, die auch im SSI ausgewertet werden. Und ich weiß aus ungewöhnlich gut informierten Kreisen, dass genau diese Suche auch eines der Punkte ist, an dem LinkedIn sehr, sehr stark arbeitet. Und ich glaube, das wird auch, es gibt natürlich jetzt bereits für die spezifischen Anwendungsfelder Sales Navigator, beziehungsweise die Recruiter-Lösungen, gibt es sehr, sehr detaillierte filterbasierte Suchen, die eben ganz genau auf die Bedürfnisse dieser beiden Zielgruppen eingehen. Was Daniel hier anspricht, sind eben eher die, ja, wie soll ich mal sagen, ich auf Dienstleister-Suche bin und zum Beispiel eine Shopify-Developer-Suche, da eben ein wirkliches Qualitäts-Ranking hinzubekommen. Und ich bin sehr sicher, dass das eines der Features ist, die uns in nächster Zeit auch erwarten werden. In den USA betreibt LinkedIn ja bereits den Profinder. Kennt ihr vielleicht. Das ist im Wesentlichen ein Marktplatz für trustworthy Freelancers in verschiedenen Bereichen. Wird von LinkedIn selber betrieben. Wie ihr seht, ist hier auch mit dem LinkedIn-Profil verbunden. Man kann sich allerdings aktuell noch nicht anmelden. We're not available in your location yet. We will notify you via E-Mail when we're accepting pros in, da klappt es nicht mit dem Auslesen der Namensvariable, ist Österreich wahrscheinlich nicht groß genug. Aber da sieht man, denke ich schon, in welche Richtung das generell geht. Auf jeden Fall sicherlich ein spannender Punkt und viel Potenzial. Dr. Natalia Wichowski hat in ihrem Video eine sehr interessante Frage beantwortet, die sicherlich viele von euch kennen. What is the correlation between business or corporate branding and personal branding? Are they in competition with each other? Da geht es ja, wie gesagt, häufig darum, dass nicht jeder Selbstständige ganz selbstständig ist. Viele sind angestellt in Unternehmen oder man stellt sich vielleicht generell die Frage, wie soll ich meinen Account, wie soll ich das einrichten? Es ist relativ klar, LinkedIn ist businessorientiert, Facebook ist privat, aber es gibt ja mehrere Business Facetten. Beispielsweise jemand, der nebenbei sein eigenes Geschäft hat. Wie geht man damit um? Wer sich mit dieser Frage beschäftigt oder wem diese Themen schon mal umgetrieben haben oder gar schlaflose Nächte bereiten, schaut euch dieses Video an. Die sieben Minuten sind hervorragend investiert. Wie immer in Kürze die Links zu den Status Updates der Woche dann in den Shownotes. Thomas Wilhelm Albrecht, mein lieber Kollege von den Impress Speakers, er gibt euch im Rahmen der Impress Challenge Feedback zu den Themen Rhetorik-Sprachmuster. Der weiß wirklich eine Menge, nicht nur über Rhetorik im engeren Sinn, sondern auch über Auftritte, was einen guten Auftritt ausmacht. Ich habe mit ihm viel drüber gesprochen und ich habe mich sehr gefreut. Thomas bietet kommende Woche von 11. bis 14. Mai jeweils um 14 Uhr eine Webinarreihe an, kostenlose Live-Seminare und zwar es geht um die 17 Faktoren einer exzellenten Rede. Am Montag sind Charisma, Sprachmuster, Emotion dran, am Dienstag geht es um Rapport und Energie, am Mittwoch um Storytelling und Metaphern und am Donnerstag um Format, unsere Tierkörpersprache und eben weitere Themenfelder, die man als guter Redner mindestens kennen, aber im Idealfall eben berücksichtigen sollte. Ich denke, da kann man sehr viel mitnehmen. Ich werde es wahrscheinlich nicht dann jeden Tag schaffen, aber mir so viel wie möglich davon anschauen. Ja, sicherlich sehr, sehr spannend. Hängt ja alles zusammen. Oder wie Thomas, der übrigens nächste Woche bei mir zu Gast sein wird, auch zu sagen pflegt, die Fakten allein reichen nichts. Wenn die beste Botschaft falsch verpackt ist und nicht beim Publikum ankommt, ja, dann war es eben nichts mit der Rede oder dem Auftritt. Das heißt, ganz, ganz essentiell, natürlich wir neigen immer oder sagen immer Form, Follows, Function, aber eben, wenn die Form gar nicht die Aufmerksamkeit erregt, dann bemerkt das Publikum die Funktion vielleicht gar nicht. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Britta Behrens zündet am 12. Mai, also ebenfalls nächste Woche, gemeinsam mit Andreas Bersch und Alexander Böcker die LinkedIn-Rakete. Britta war ja bei uns hier auch in Wien mit dabei, bei der Masterclass. Es gibt einen 3-Stunden-Rundumschlag und zwar über LinkedIn Boosting, über LinkedIn Sales, dieses Thema übernimmt Andreas Bersch, und über LinkedIn Ads, hier Profi Alexander Böcker am Werk. Und wer sich hier näher informieren möchte, eine absolut empfehlenswerte Veranstaltung, drei Profis, ja, kein Wischiwaschi, sondern direkt anwendbares, praxiserprobtes Wissen. Margarita Mischewa, ihr kennt sie auch aus der LinkedIn Show, hat sich diese Woche am Montag mit mir unterhalten. Wir haben ja mittlerweile schon etwas, ja, uns ein bisschen am eigenen Schopf wie Milchhausen aus der Krise ein wenig herausgezogen. Die Perspektiven ändern sich und ja, ein Gespräch über Digitalisierung und Post-Corona. Ebenfalls zu Gast sein durfte ich bei Thomas, der hat ein, finde ich, sehr sympathisches Thema beziehungsweise einen netten Fokus für seine aktuellen Lives gefunden. er fragt seine Gäste, was bei ihnen momentan richtig gut läuft. Und ja, wen von euch das interessiert, was das bei mir so abseits der LinkedIn Show ist, schaut rein. Verzeihung. Und damit kommen wir zum bereits zu Beginn angekündigten Interview mit Engin, Teil 1. Könnt ihr euch vorstellen, eine Veranstaltung für 160 Personen, 150, 160 Personen innerhalb von zwei Wochen komplett virtuell aufzuziehen. Das war eine ziemliche Glanzleistung und wie das funktioniert, soll uns Engin im Interview am besten selbst erzählen. Lieber Engin, es ist Montag, der erste Montag nach dem ersten DachTV-Barcamp am 2. Mai vor zwei Tagen schon ausgeschlafen. Nein, gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht, nein. Aber trotzdem noch ein richtig geflashtes Gefühl. Für die Zuseher, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, war aber schwierig, wenn man sich die letzten Tage und Wochen auf LinkedIn aufgehalten hat, hätte ja in München am 1. 2. Mai ursprünglich eine Konferenz, die erste DachTV-Konferenz stattfinden sollen. Wie so vielen Veranstaltungen ist Corona da dazwischen gekommen, hat eine Strich durch die Rechnung gemacht und dann entstand recht spontan die Idee, anstatt dieser Konferenz ein virtuelles Barcamp zu organisieren. Und das habt dann du, Engin, der sich um die ganze Technik gekümmert hat, Hakan, der, glaube ich, viel von der Kommunikation, Webpage und so gemacht hat und die Sandra übernommen. Erzähl mal, wie ist es zu der Idee gekommen und hattet ihr schon geahnt, als ihr das angekündigt habt, was da auf euch zukommt? Also, grundsätzlich zur Idee ist es immer gekommen, natürlich aufgrund der Situation, dass der Termin 1. und 2. Mai ausstorniert worden ist vom DACH-TV-Gipfeltreffen. Und es wurden halt sehr viele natürlich enttäuscht. Wir haben nichts machen können aufgrund der Pandemie und es ist halt einmal so gewesen. Und wir haben aber dann gesagt, beziehungsweise ich bin dann auf das hingegangen und habe einmal die Idee in den Raum geworfen und gesagt, Leute, ich weiß, wir schaffen das und können das abbilden, dass wir eine digitale Version daraus machen. Egal, was kommt, egal, was ist, ich übernehme die Initiative. Und hat mir dann auch Hakan und Sandra an die Seite geholt, diesbezüglich. Zu dem Zeitpunkt war uns auch noch, muss ich ehrlicherweise sagen, noch nicht klar, auf was kommt wirklich auf uns zu. Wir haben alle drei gewisse Erfahrungen in unterschiedlichen Eventbereichen, sei es online oder offline. Aber so wie im Endeffekt das Endergebnis war, jetzt vom Barcamp selbst, jetzt am Samstag, ich glaube, das hat keiner ahnen können, wie sich das so entwickelt und was da alles eingesteckt worden ist und was wir da wirklich erarbeitet haben, was für Lösungen, dass wir da erarbeitet haben, sei es jetzt, egal ob die PR-Schiene, die Veröffentlichung nach außen, in Social Media und aber auch jetzt im Backend der gesamte Technikaufbau. Es war grandios und es hat bewiesen eigentlich, dass man wirklich was machen kann, wo man interaktiv miteinander gemeinsam an Lösungen arbeitet und das war das Ziel und wir haben eigentlich meiner Meinung nach das Ziel bei Weitem übertroffen. Da muss ich gleich einhaken, ein Barcamp, das ist im Normalfall keine Konferenz mit Zelten bei der Cocktails ausgeschenkt werden, sondern Barcamps sind so entstanden, der Fachbuchpabrischer O'Reilly hat im Silicon Valley zum Foo Camp eingeladen und da waren ziemlich viele beleidigt, dass sie nicht eingeladen waren. Ich glaube, das erste war auf 200 Personen limitiert und haben dann im Haus gegenüber das erste Barcamp veranstaltet. Barcamp deshalb, weil ja Foo Bar der Platzhalter in der IT-Branche und deshalb eben Barcamp eine Unkonferenz. O'Reilly hat, die machen die die Foo Camps auch immer noch, bezeichnet die als das Wikipedia der Konferenzformate. Das heißt, bei den klassischen Barcamps gibt es eigentlich keine Agenda vorher, sondern die Leute kommen hin, schlagen Themen vor, dann wird entschieden, was für Sessions es geben wird und ganz wichtig, im Gegensatz zu einer klassischen Konferenz verschwimmen die Grenzen zwischen Teilnehmer und Vortragenden. Das heißt, idealerweise soll sich jeder aktiv beteiligen und auch über das Barcamp sprechen, Leute reinholen. Das ist ein Format, das eigentlich in Wien und in vielen Städten in der Internetbranche relativ bekannt und gelernt ist. Aber was noch dazu kommt, das war jetzt ein virtuelles Barcamp und für sehr viele Teilnehmer überhaupt das erste Barcamp. Die kannten das Format vorher gar nicht, oder? Absolut. Also wir haben natürlich versucht von Anfang an das Thema Barcamp näher zu bringen, aufzuzeigen, was sind typische Charakteristiken von einem Barcamp und dass eigentlich der Sessiongeber, so was er nach außen hin oft immer, wer glaubt, das ist der Vortragende, ist ja eigentlich derjenige, der die Idee einmal auf, also im Offline-Bereich ist es so, der zeigt auf, okay, aber Idee, dieses Thema, gibt es zehn Personen zum Beispiel, die da mitmachen wollen, ja, okay, pass, gehen wir und arbeiten und lernen gemeinsam und hier ist halt die Situation bei uns gewesen, das ist der einzige Unterschied zum Offline-Barcamp gewesen bei uns, dass wir aufgrund der Situation, dass es in Bezug auf die DACH-TV-Gruppe entstanden ist, wir eine Exklusivität für diese Gruppe aufbewahren wollten, indem wir gesagt haben, liebe Leute in der Gruppe, ihr dürft die Sessions ausrufen und dann gehen wir erst komplett raus in die Öffentlichkeit, auch außerhalb der Gruppe und genau deswegen haben wir das so gemacht und dementsprechend haben wir in den ersten zwei Wochen der Vorbereitung aufgerufen, um die Themensammlungen zu machen, also dass wirklich jeder aufzeigt in Form von einem Video und sagt, dieses Thema würde mich interessieren, egal ob ich der Profi bin oder der Anfänger, der gelehrt werden möchte, jeder hat ja die Chance und so haben wir dieses Thema immer wieder versucht, etwas näher zu bringen und das war halt wirklich wichtig, so wie du es da gesagt hast, dass man versucht, die ganzen Linien, ja, ineinander verschwinden zu lassen und das ist halt, ja, wenn ich jetzt überlege, bei den Sessions, wo ich aktiv moderiert habe, sehr gut rübergekommen, sehr gut hat das auch funktioniert, weil das ist eine aktive Q&A, sag ich jetzt einmal, ja, es ist aktiv Fragen stellen, Antwort erarbeiten, tut man recherchieren, gibt es ein Material, was vielleicht von einem Experten, der zu diesem Thema vorhanden ist, auch zur Verfügung gestellt wird und, 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 ja, das war einfach richtig genial und das hat meiner Meinung nach top funktioniert, also wir haben versucht, natürlich den Offline-Charakter, der da ja sehr stark auch ist, eben eher im Netzwerktechnischen auch, ja, Parking ist ja auch ein, ein System, wo man sehr viel netzwerkt miteinander und sich so einfach aktiv, qualitativ auf Augenhöhe viel besser kennenlernt, weil man sieht, was weiß der, was weiß ich, wie kann man die zwei Wissenspole aneinander bringen und gemeinsam was schaffen vielleicht sogar und es ist geil gewesen. Das schafft Enthusiasmus und genau die Stimmung finde ich super rüberkommen dabei. Ich habe dort gemeinsam mit dem Jens-Peter Schulz und dem Christian Spahn und dem Udo Schlögl eine Erfahrungsaustausch-Session, das ich es rausbringe über LinkedIn Live. Das ist mir auch schon passiert, ich habe das Pro Session gar nicht mehr aussprechen. Ich habe mir letztens bei Datenschmutz versprochen im Live-Strend, meinem eigenen Brand-Name, das ist peinlich. War sehr, sehr spannend, auch die übrigen Sessions, allerdings es war gar nicht möglich, die komplette Unkonferenz, so wie Parking auf Deutsch übersetzt, wie zu verfolgen, weil es gab ja vier parallele Tracks. Das heißt, man konnte es ja nicht mehr aussuchen, wo man zuhören möchte, auch wie im richtigen Leben, Raum wechseln, Session hoppen und ein sehr, sehr tolles Themenspektrum von der Personal Branding, Keynote am Anfang von der Natalia bis hin zu Stimme, Wirkung, Videoproduktion auf unterschiedlichsten Software- und Hardware-wegen. Also wirklich ganz, ganz toll von der Fortbildung her. Aber was natürlich auch eine große Rolle spielt, virtuelle Konferenz, das sagt sich so leicht, man braucht die Infrastruktur. Und du, als alter Linux-Nutzer, hast dich dazu entschlossen, das Ganze auf Teams zu organisieren, was hervorragend geklappt hat. Genau. Erzähl mal was zum Hintergrund der Technik und der Infrastruktur. Ja, aufgrund der Erfahrung und des Wissens, also ich kenne das Umfeld von Microsoft Teams zum Beispiel. Und wie wir dann aufgegriffen hatten. Entschuldigung, ich unterbriche mein Interviewpartner sonst nicht gern. Du warst auch schon mal hier in der Sendung, aber für die neuen Zuseher, für die Zuseher auf 3SAT. Ja, stimmt. Du bist spezialisiert auf Microsoft, du berätst auch Microsoft-Lösungsanbieter beim Wachstum, beim Growth-Marketing. Das heißt, du kennst dieses Ökosystem natürlich sehr, sehr gut und da war Teams auch nahe. Ja, also im Endeffekt durch das ganze Growth-Hacking, was ich mache, oder Sparring-Chips für Unternehmen gemeinsam, das halt, ich sage jetzt einmal, Erwachstum vorantreiben beziehungsweise aber auch beständig bleiben und ein ordentliches Grundfundament haben oder das Thema von der Idee bis zur Automatisierung. Bilde ich ab für IT-Dienstleister, ja, aber es gibt eine spitze Nische, in der ich mich sehr wohl fühle und auch in der ich sehr gerne reingehe. Das ist das Microsoft-Umfeld, vor allem auch auf Basis meines Wissens, weil ich kenne gewisse Entwicklungsbereiche im Microsoft-Umfeld, wie zum Beispiel im SharePoint-Bereich. Für die, die das nicht wissen, Microsoft SharePoint ist ganz einfach gesagt, so wie eine Internetlösung auf Basis der Ökonomiestruktur von Microsoft Office 365 beziehungsweise Microsoft 365, wie sie jetzt auch genannt wird. Microsoft Teams war von Anfang an die Grundidee von mir. Ja, es war am Anfang noch nicht ganz klar, noch nicht ganz fix, mache ich es wirklich jetzt da drinnen? Und die Situation hat sich aber dann so sehr schnell herauskristallisiert, ja, ich mache es da drinnen. Weil der Riesenvorteil dabei war, ich kann die gesamte Session-Struktur, jetzt nicht, dass ich wieder einen Zungenbrecher kriege, so oft wie ich das Wort schon gesagt habe, ich kann es gar nicht mehr aussprechen, Session Board, ich habe ja von der Gesamtstruktur her das so erarbeitet, dass die User Experience, also wirklich diejenigen Personen, sei es Sessiongeber, sei es die Teilnehmer, die ein Ticket hatten und aktiv dazugekommen sind, ein zentrales Feld haben als ihre Straßenkarte. Und das ist einfach ein Board, ein virtuelles Board gewesen, wo alle Sessions dokumentiert waren, mit der Uhrzeit dazu und mit jeweiligen Buttons dazu. Hier kommst du zu dieser Session in diesen Raum rein, in diesen virtuellen Raum. Gleichzeitig auch alle Breakout Rooms. Zur Erklärung, ein Breakout Room ist ein Raum. Das kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt gemeinsam an etwas arbeitet und sagt, okay, man ist eine Gruppe von 15 Personen und diese splittet man auf drei Gruppen zum Beispiel. Dann sollen sich alle drei Gruppen zu je fünf Personen in einem Raum befinden und in kleinerer Gruppe an ihrem spezifischen Thema arbeiten. Dann kommen sie wieder zurück in den Einheitsraum, wo sie dann gemeinsam die Ergebnisse vorstellen. Das haben wir auch zur Verfügung gestellt in dieser Art und Weise, auch ein Networking Room, also Kaffee und Networking Room für Pausen dazwischen, während der Zeit der Mittagspause, die wir eingebaut haben. Und ja, das haben wir halt alles abgebildet in Microsoft Teams, was der Riesenvorteil ist. Ein Team ist so, man kann sich so vorstellen, einfach normalerweise so etwas wie eine Abteilung. Ja, ist ein Team. Das ist jetzt dein Oberbegriff. Du hast ein Team, wie es wir zum Beispiel genannt haben, das Team des Barcamps. Und in diesem Team stellst du virtuelle Kanäle zur Verfügung, also virtuelle Räume. Und diese virtuelle Räume erarbeitest du und achtest natürlich auf gewisse Kleinigkeiten, auf gewisse Punkte und das Ganze, damit man dementsprechend das ermöglichen kann, dass jeder hin und her switchen kann. Sehr einfach und ohne wirkliche Komplikationen. Ja, ich würde sagen, also ich würde lügen, wenn ich sage, es gab keine Komplikationen, es gab auch Komplikationen. Es ist immer, man muss davon ausgehen, jeder Anwender, der gekommen ist, hat einen unterschiedlichen Wissensgrad. Und wir haben dementsprechend auch versucht, das so abzubilden, dass jede Information nach außen hin geteilt wird, wie wer was wo findet und warum das auch so ist. Und warum wir auch Microsoft Teams genutzt haben. Auch gleichzeitig, und das ist einer der größten Punkte gewesen, dass wir auch den Punkt des Datenschutzes sehr gut aufgreifen können, da drin, weil wir zentralisiert an einem Ort blieben. Da ist Microsoft überhaupt sehr stark engagiert mit der DSGVO und mit der vollständigen Umsetzung. Ich muss sagen, aus Teilnehmer und Sessiongeber Perspektive, es hat wirklich hervorragend geklappt. Also abgesehen von den zwei Teilnehmern, die verschwunden sind zwischen zwei Räumen und die wir noch suchen, die sind irgendwo in Dienst geblieben, aber die werden schon wieder auftauchen. Ja, es gab auch Technikausfälle, aber sowas kann man nicht verhindern. Das ist das selber, wie man es jetzt in der Live-Veranstaltung geht. Auf einmal möchtest du mit einem Handy ein Video aufnehmen und dein Handy streikt. Ja, ich war letztens vor Corona in einem Vortragsraum und Dima fällt aushalt so klassischerweise und den haben wir jetzt aber schon seit fünf Jahren und der hat immer super funktioniert. Ja, so viele Dinge passieren. Das gehört dazu. Was soll man machen? Wir wissen es bei einer Session wie Andrea Balschow zum Beispiel, die mir so leidgetan hat, wie ich das dann erfahren habe im Nachhinein. Die ist mittendrin in ihrem Element, auf einmal bricht das gesamte IT-System in ihrem Heim zusammen. Ein kompletter Blackscreen. Alles ist tot. Was willst du da machen? Du kannst das nicht verhindern. Da treufe ich auch nicht. Ja, aber das ist aber der richtig geile Charakter an dem Barcamp, weil es gehen alle mit und es gehen alle weiter. Es hört nicht auf. Es entsteht kein Stillstand und das war extrem wichtig, weil bevor Stillstand entsteht, packen sie alle anderen und sagen, okay, wisst ihr was, ist halt so, wir machen trotzdem weiter. Und das hat sehr gut funktioniert. Das Schöne ist ja, es gibt ein Barcamp, kann nur entstehen oder funktionieren, wenn es so ein Kernteam gibt, das sich intensiv um die ganze Organisation und in dem Fall eben auch speziell um die Technik kümmert. Aber es gibt keinen Konferenzveranstalter, den man beschuldigen kann, wenn die Sessions, wenn einem die Sessions nicht gefallen oder so, liegt er nicht teilnehmen. Das muss man selber gestalten. Natürlich, natürlich. Und wir sind sehr froh darüber, über die Situation, wie sich das alles erarbeitet hat, weil wir haben insgesamt vier Wochen gebraucht. Ich sage jetzt einmal, zwei Wochen davon war, die Themen aufzugreifen, der Sessions und alle Pitches abzurufen von den jeweiligen Interessenten aus der Gruppe. Und ab dem Zeitpunkt, und das war der 15. April, war Ende um 22 Uhr in der Nacht, dass wir Themen noch aufnehmen. Und am 17. April, also zwei Tage drauf, haben wir mit der PR schon begonnen, mit der ersten. Und das war krass. Also innerhalb von zwei Tagen haben wir so viel schon aufgesetzt gehabt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir mit der PR los, weil wir haben nur zwei Wochen Zeit, dass wir das bewerben. Wir haben aber die ersten 60 Tickets in vier Stunden weg gehabt. Also wo wir dann selber gesagt haben, okay, wir sind ausverkauft, weil wir wollten eigentlich nur auf 60 Personen limitieren. Das war genau übrigens, als ich es in der LinkedIn schon angekündigt habe. Da waren dann die letzten paar Tickets. Ja, Richi, du warst der Grund schlechthin, dass wir 60 Tickets verkaufen haben. Nein, da waren schon 56, kein Scheiß, im Ernst. Da waren 6 oder so verkauft, wirklich. Ich habe es dann angekündigt und eine Dreiviertelstunde später geschaut und die waren dann auch weg. Dann war sie mit der Warteliste. Natürlich, natürlich ist das die wichtigste B2B-Torch im Nachhaben, aber in dem Fall war es tatsächlich so. Ja, nein, wir haben ihn dann aufgestockt, wie ihr wisst, weil du hast der Sessiongeber dabei, wir haben ja dann gesagt, okay, wir gehen jetzt auf 150 Personen und belassen ist dabei. Und wir haben uns auch wirklich dabei belassen, weil wir sind dann schon in der Situation darauf näher eingegangen, wie viele Personen kann man interaktiv betreuen in einem virtuellen Raum. Und das ist was anderes, wenn man jetzt in ein Zimmer reingeht, in einen Raum reingeht und da sind 20 Personen da und ich spreche offline zu denen oder ich arbeite offline mit denen was. Und virtuell ist das wieder eine komplett andere Geschichte. Und deswegen war es halt wichtig, dass wir uns auch sagen und ein Limit setzen und sagen, hey, es geht pro Raum, pro Session gibt es Limits, wie viele Personen reinkommen. Und der Moderator ist dafür verantwortlich, dass er den Überblick natürlich darüber bewahrt, dass es nicht zum Beispiel in einem Raum 80 Personen drin sind und in dem anderen Raum nur fünf. Und so ist auch der Sessionplan ja auch entstanden, wie die Themen-Settings gemacht wurden, damit wir natürlich dafür Sorge tragen. Es muss gleichgewichtig sein jede Stunde, damit natürlich die Teilnehmer die Qual der Wahl haben, wo gehen jetzt wirklich einer. Aber sie haben sich Gedanken darüber machen müssen. Was brauche ich jetzt? Wo gehe ich rein? Und aufgrund dieser Situation, das kann man sich so vorstellen, ich habe die Qual der Wahl zwischen vier Themen und entscheide mich für eines, weil ich der Meinung bin als Teilnehmer, genau das brauche ich. Dann bin ich aber aktiv auch wirklich dabei, fokussiert. Und ich bringe mich ganz anders ein. Also wenn ich jetzt irgendwo reingehe, weil jetzt vier Themen da sind, drei sind schwachsinnig für mich, nur eins ist gut. Ja, da hebt sich immer wieder in jeder Stunde ein Thema vielleicht hervor. Und das wollten wir verhindern, sondern wirklich, dass wir das so einen guten Misch einbringen, dass es gleichgewichtig ist einfach. Und so haben wir dann einen Durchschnitt gehabt von circa 30 Personen maximal pro Raum. Es war der Durchschnitt, es hat Räume gegeben, da waren auch teilweise mehr dabei. Aber das ist der ungefähre Durchschnitt auf den ganzen Tag gesehen ist. Im Schnitt pro Raum 30 Personen. Also mach das einmal, dass du simultan vier Räume befüllst, bis zu 120 Personen, die einfach nur als Teilnehmer da sind. Und aus jetziger Sicht, also ich habe noch nicht die detaillierte Auswertung jetzt zu 100 Prozent, ich bin da noch dabei. Wie du weißt, da haben wir einiges noch zum Aufarbeiten an Material. Ich glaube jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe und so die ersten Erkenntnisse, die ich hatte schon am Parking, im Tag selbst, circa insgesamt 165 unterschiedliche Personen, die dabei waren. Weil wir haben ja das dann so gemacht, also was ich dann gemacht habe, ist ja am Vortag, am 1. Mai, habe ich die Warteliste freigegeben. Weil ich jetzt gesagt habe, okay, wir haben 48 Personen auf der Warteliste zu den 150 Tickets. und es hat natürlich ein paar Steuern uns dann auch gegeben und ich habe gesagt, who cares, entweder es funktioniert oder funktioniert nicht, ich habe die Tickets freigegeben. Und habe halt alle informiert, dann dementsprechend auch mit E-Mail dann nur mal und dann versucht, auch die Leute reinzuholen und einzuladen in Teams rein, ins geschützte Areal rein, sozusagen. Und so circa, ja, ich glaube, 165 unterschiedliche Personen waren es ungefähr. Wenn es jetzt wirklich so ungefähr drin ist, kann mich jetzt täuschen, wie gesagt, detaillierte Auswertung habe ich jetzt noch nicht, aber ungefähr in dem Bereich befinden wir uns, weil um 9.30 Uhr, wie die erste Session losging, also die erste Sessionstunde, gab es 120 gleichzeitige Zugriffe, die natürlich heftig waren. Aber es war geil, es war richtig geil und ich empfehle es jedem, dass es so etwas macht. Ja, ist wirklich eine ganz, ganz beachtliche Leistung, war es ein kleines Team. Noch dazu, die sich eigentlich, glaube ich, großteils sogar nur über die Gruppe kennen, da in sehr, sehr kurzer Zeit auf die Beine stellen konnte. Wer von euch schon einmal bei einem Barcamp dabei war, der kennt sicherlich diesen, ja, ganz typischen, besonderen Spirit, Enthusiasmus, voneinander lernen. Es gibt eben keine passiven Conference Lurker, sondern jeder beteiligt sich im Idealfall aktiv an den Diskussionen und genau so ist das dabei eben auch rübergekommen. Ja, wenn es eine weitere Ausgabe gibt, bin ich da sehr gern wieder dabei wenn euch meine Session beziehungsweise die Dinge, die wir besprochen haben über die Zukunft von LinkedIn Live, über die Reichweite von Live-Sendungen im Vergleich zu normalen Clips, kleiner Spoiler, normale Videos haben viel höhere Reichweite, wenn euch das interessiert, dann schaut auf mein Profil. Der aktuelle Artikel, den ich geschrieben habe, ist eine recht ausführliche Zusammenfassung unserer Diskussion und ich glaube, aus der geht auch recht deutlich hervor, dass es genauso wie bei allem, was man so auf LinkedIn tut, bei den Lives auch um eine klare Positionierung geht. Das ist immer das Um und Auf, das ist super, super wichtig. So, und bevor wir uns den zweiten Teil des Interviews anhören, werfe ich nochmal einen Blick nach links respektive in die Kommentare zur heutigen Sendung. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich natürlich immer so auf LinkedIn tut. Sehr, sehr über Rückmeldungen. Aha, das passiert, wenn man sich verklickt und den eigenen Livestream während des Livestreams aktiviert. So, Kommentare. Herzliche Grüße nach Bonn. Es ist schade, ja, wie gesagt, OBS spielt die Kommentare zurück, zeigt aber die Namen nur teilweise an. Ich nehme mal an, das hat mit den Privacy-Einstellungen zu tun. Ja, DachTV, Barcamp, Microsoft Teams, ein sehr, sehr leistungsfähiges Produkt, auch mit großer Teamware, Infrastruktur, dahinter angeschlossen und wie diese technische Implementierung im konkreten Teil funktioniert, beziehungsweise auch sehr gut funktioniert, hat am 2. Mai, das erzählt uns Engin im zweiten Teil des Interviews. Du als Teams-Master und Teil des Organisationsteams warst natürlich im Vorfeld, aber auch während der Veranstaltung ganz, ganz heftig im Einsatz. Konntest du inhaltlich was mitnehmen? Hast du von den Sessions was mitbekommen? Das ist eine sehr, sehr beise Frage. Ja, konnte ich. Ich war ja eingeteilt in drei Sessions als aktiver Moderator insgesamt. Oder waren es drei? Nein, zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. So was. Ich habe beabsichtigt, die erste Stunde nichts gemacht mit Sessions, sondern bin jede Session durchgesprungen. Das haben wir die wenigsten mitbekommen und geschaut, passt alles und funktioniert alles, passt die Technik und so weiter. und gleichzeitig der IT-Support im Hintergrund und auch der komplette Teilnehmer-Support und dass alles stabil bleibt. War einiges zu tun, das hat sich auch herausgestreckt bis zur Mittagspause, auch während den Sessions, wo ich aktiv als Moderator war und da war schon der Vorteil, dass eigentlich die Sessions sehr gut gelaufen sind, wo ich jetzt nicht abhängig war von der Session. Also, die waren nicht von mir abhängig in der Session, sag ich jetzt. Ich bin als Moderator reingegangen, natürlich habe ich die Einführung gemacht, ich habe die Hinweise gegeben, auch was den Datenschutz betrifft, die Aufzeichnungen und 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 war dann schon aktiv mit dabei und auch immer mitgehört und geschaut, okay, wie wird da gearbeitet und so, weil ich habe mich auch immer die Teilnehmerlisten angeschaut, weil es war halt wichtig, dass ich dementsprechend den Vorgaben treu bleibe, die man sich auch vereinbart hat und gleichzeitig, aber trotzdem, man kann sich einmal, ich kann ja dann ein Foto schicken, wenn du es wüsst vielleicht, ich habe drei Schirme vor mir gehabt, ein Smartphone, habe ich jetzt den vierten Schirm auch noch dabei gehabt, weiß ich gar nicht, drei Schirme, ein Smartphone, ein Mikrofon, zwei Kopfhörer und ich habe versucht, irgendwie da halbwegs einmal noch dran zu bleiben, aber es hat funktioniert und das war das Viertigste und ich war froh, wie die Mittagspause war, aber ich habe irgendwie die Mittagspause nicht so richtig genießen können, weil während der Mittagspause ist es auch nochmal weitergegangen und die war ja von 12.30 bis 13.30 und meine echte Pause an diesem Tag war wirklich 13.00 bis 13.20, glaube ich, ungefähr so, habe ich Mittagessen da, weil sonst war ich vom Stuhl gefallen, glaube ich, aber es hat funktioniert, es hat gepasst und es war jeder zufrieden, also das war das Wichtigste. Geht sich locker auch gängiges Menü aus? Ja, absolut, in 20 Minuten kriege ich gescheit viel einig, also grenzt drauf, auch kommt, dann geht's. Würdest du es wieder machen? Ja, aber eins muss ich dazu sagen, ehrlich, und jeder, der mich fragt, dem werde ich sicher dasselbe sagen, ich werde es sicher nicht mehr kostenlos machen, sage ich auch, nur mal dazu, wir haben es natürlich aufgrund der Community gemacht, es ist ein komplettes Community-Management gewesen, Community-Projekt, es war ein Test auch, gleichzeitig war es auch ein Test, unter Anführungszeichen, dass wir natürlich noch andere Erfahrungswerte sammeln, aber jeder, der mich fragen, würde, es ist so, das kannst du nicht mehr einfach so jedes Mal machen, weil du so viel Kraft du rein investierst und sicher, wenn man das Wissen hat, ist es leichter, das ist klar und ich würde jetzt auch das Zweite, also wenn ich dasselbe nochmal machen würde, darf ich vielleicht ein paar Sachen anders machen, ich werde auch reflektieren und wir werden auch sogar nochmals intern reflektieren im Organisationsteam, das haben wir sich schon vereinbart und auch auswerten, einmal was den Feedbackbogen betrifft, weil wir haben sofort nach dem Barcamp begonnen, eine Umfrage zu starten, und dementsprechend das einfach nur mal ein bisschen so einen Diamantschliff dazuzugeben und gleichzeitig zu schauen, okay, kann man vielleicht sogar nochmal sowas wirklich machen, aber man muss halt dazu gestehen, es wäre nicht mehr wirklich rein ehrenamtlich möglich, also in der Art und Weise, wie es jetzt war, ja, wenn jetzt da andere, größere Organisationseinheit dahinter wäre, dann eher, aber da brauchst du ein größeres Team. Bei den Offline-Barcamps ja oft so, in Wien zum Beispiel waren die dann bei Microsoft gehostet, womit für dich schon mal viel wegfallt, da hat sich da Microsoft auch um Verpflegung, Getränke gekümmert, um die In-Mail-Location und so, die Technik und alles, das ist da natürlich dasselbe, aber das wäre doch auch interessant, hast du mal drüber nachgedacht, dieses jetzt sehr, sehr gut erprobte Setup auch als Service für Kunden anzubieten, die selber virtuelle Veranstaltungen durchführen wollen? Ja, natürlich, also dieser Gedanke ist natürlich schon öfters durch den Kopf gegangen, auch während den Vorbereitungsarbeiten und sogar einigen Learnings, die ich dann selbst noch mal gehabt habe, also vor allem, was ist im Backend-Bereich, die gewisse Einstellungen betraf jetzt auch im Administrationsbereich und am besten ist so, du kannst jetzt nicht das fertige Produkt verkaufen, nein, weil das Schwierige dabei ist, weil es bei jedem ein bisschen anders wäre, also komplett individuell. Das, was die beste Alternative wäre, ist, dass man als Sparring-Partner auftritt, das heißt, der Unternehmen möchte, eine der besten Situationen wäre zum Beispiel, heute habe ich auch eine Diskussion über das gehabt, eine interne Veranstaltung, ein internes Barcamp für ein Unternehmen, also wirklich nur intern. Das kann man sehr gut aufsetzen, ohne dass man jetzt externe Leute reinlässt, also man kann sie intern auch mal testen, auch als Unternehmen und sagt, okay, ich habe jetzt beispielsweise 80 Mitarbeiter und ich möchte jetzt mit diesen 80 Mitarbeitern intern ein Barcamp veranstalten. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel herangezogen werden, als Beispiel, und sage, okay, weißt du was, ich bin dein Event-Sparring-Partner, ich setze das für dich alles auf, gehe mit dir das gesamte durch, die Informationsflotte, das gesamte Wissensmanagement und betreue dich auch während dem Event, damit es reibungslos über die Bühne läuft und fertig. Sobald der Barcamp zu Ende ist, das interne Barcamp, dann ist das eigentlich eine Geschichte höher. Entweder ihr nehmt die ganzen Learnings mit und wisst, wie ihr das in Zukunft macht, oder man macht das immer wieder als Sparring, als Unterstützungspartner. So sind wir, so arbeiten wir, wir bringen euch alles bei, was ihr wissen müsst und rationalisieren uns dabei selber weg. Glauben viele, ist aber nicht so. Nein, aber das kann man, also sorry, dass ich da unterbringe, aber im internen Aspekt ist das einer der effektivsten Methoden, glaube ich, dass man ein richtig geiles Wissensmanagement-System aufbauen kann und sich arbeiten kann. Neben einer, weil Teams ermöglicht ja genauso auch, dass du jetzt sagst, du machst jetzt eine komplette LMS draus. Also wirklich eine komplette E-Learning-Plattform kannst du damit bauen, intern, angepasst an deine Bedürfnisse und Wünsche und diese Möglichkeiten bestehen. Ja, es gibt hunderte andere Tools, auch im Endeffekt kann es egal sein, welches Tool, egal ob es Microsoft ist oder nicht. Wichtigste ist, meines Erachtens wirklich, dass es so angepasst wird, dass es für jeden Mitarbeiter ordentlich zugänglich ist. Das ist halt einer der wichtigsten Aspekte. Aber liebe Unternehmen, vorsichtig sein, bevor ihr jetzt den Engln kontaktiert wegen eines internen Barcamps. Es könnte dann passieren, dass plötzlich die einzelnen Abteilungen beginnen, miteinander zu sprechen. Das haben wir früher auch nicht so gemacht. Ja. Wie haben Sie es genannt heute? Ich habe das heute gelesen, ein internes Barcamp ist etwas, was, wie sagt man da? Es gibt ja die, wie nennt man das? Da, wo die Abteilungen, es fällt mir das Wort nicht ein. Walt Gardens, oder? Nein, wo die Abteilungen nicht miteinander kommunizieren. Normalfall, Normalzustand. Ja, normalerweise, ja, okay, bei vielen Unternehmen ist es ein Normalzustand. Es fällt mir das Wort nicht ein. Ich sage es ja jeden Tag, nein, mir fällt es nicht ein. Ich bin einfach Step-Up gerade. Ja, kann passieren. Wir werden die Lösung nachlesen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Vielleicht wissen Sie es die Zuseher. Schreibt das in die Kommentare rein, keine Ahnung. Vielleicht kannst du meine Gedanken lesen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, lieber Engel. Danke dir. Bis zum nächsten Livestream oder hoffentlich bald auch mal wieder bis zur nächsten Face-to-Face-Gelegenheit. Ansonsten müssen wir halt 2021 die Jubiläumsfeier zur 15-Jahres-Feier von Datenschmutz dann auch virtuell über die Bühne gehen lassen. Du hast nächstes Jahr 15 Jahre Jubiläum. Ich habe im September 2006 begonnen. 15 Jahre da. Wahnsinn. Wahnsinn. So wie bei den, du hast gesagt, ihr habt die Kreislerei, oder? Genau. Schon lange. Das hat man ja noch, wir haben ja letztens gedacht, bei den Geschäften, was sie, Brauerei oder ganz egal, Schuster seit 1807 oder so, werden wir dann so altmodische Tafel machen lassen fürs Blogavituelle, seit 2006. Aber richtig cool. Ja, die Zeit vergeht. Ja, und mir ist auch das Wort eingefallen jetzt. Sag'em. Man kann Silos aufbrechen damit. Silos, Silos, das hätten wir auch einfallen können. Ja, stimmt, stimmt. Silos bringen mir nichts Gutes nicht, weil in der Ostdeutsche, wo ich herkomme, zum Beispiel, da haben sie früher, hat es nur die Heufütterung gegeben und die Frischfütterung und dann ist das ganze Silofutter gekommen und dann schmeckt die Milch scheiße und es stinkt. Na, weg mit den Silos in der Landwirtschaft und auch in Unternehmen. Man kann damit Silos aufsprengen und miteinander viel kollaborativer umgehen und arbeiten. Sprengen ist überhaupt gut. Ja, sprengen ist immer gut. Lieber Engel, viel Spaß beim Schneiden der 30 Gigabyte. Es war wirklich... Ja, danke. Ich werde voller Elan dahinter sitzen und schauen, okay, wie gehen wir mit den Aufzeichnungen um und ja, wird jedem, der aktiver Teilnehmer dabei war, auf jeden Fall zur Verfügung gestellt werden. Ausgezählt. Ich freue mich auch schon darauf, die Sessions zu sehen, die ich versäumt habe. Super tolle Veranstaltung. Ja, danke schön nochmal. Danke, dass du auf jeden Fall der Teil davon warst und beziehungsweise noch bist sogar, weil es endet ja noch nicht mit den, weil es kommen ja noch einige Informationen dazu und ja, danke auch nochmal, dass ich bei dir in der Show sein habe dürfen. Es war mir ein Vergnügen, wie immer, sicher nicht das letzte Mal. Dankeschön. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war in der Tat ein Saturday to remember. Hallo liebe Alexandra, Dankeschön. Ja, immer sehr interessant, sich mit Engeln zu unterhalten. Ein Fuchs auch beim Growth Hacking. Ich bin sicher, wenn ihr in nächster Zeit eine virtuelle Veranstaltung plant, dann kann euch Engeln da mit seiner Expertise und auch mit den Erfahrungen ganz sicher hilfreich zur Seite stehen. Ich habe euch mittlerweile alle Links in die Shownotes, in die Kommentare geworfen. Vor allem die Anmeldung zur Impress Challenge und nicht vergessen, beziehungsweise für die ganz, ganz schnellen, ich habe euch mittlerweile auch die Nachrichten geschickt für die Werbeclips. Die brauche ich von allen meinen 13 Gewinnerinnen und Gewinnern. Bitte bis spätestens Samstag um 17 Uhr. Wenn ihr ganz schlau seid, dann meldet ihr euch vielleicht gleich für die Impress Challenge an, ladet den Clip hoch und nehmt ihn dann mit Feedback nochmal neu auf, wenn ihr selber irgendeine Botschaft einspielen wollt. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen bei den Videos. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt und ja, schon sehr, sehr neugierig drauf, welche Clips ich von euch bekommen werde und auf gar keinen Fall vergessen, ebenfalls nächsten Donnerstag vor der 40. LinkedIn Show, nämlich um 9.45 Uhr in der Früh, Gastvortrag über Personal Branding in meiner Uni-Vorlesung öffentlich über Livestream zugänglich mit Dr. Natalia Wichowski. Damit bleiben mir an dieser Stelle nur mehr zwei Dinge und zwar zum einen euch daran zu erinnern, dass morgen am 8. Mai der 43. Linked Friday stattfindet. Das heißt, ihr empfehlt einen oder mehrere eurer Lieblingskontakte zu eurem Netzwerk, markierte Personen, taggt das Posting mit Linked Friday und man findet dann jeden Freitag sehr, sehr spannende Empfehlungen. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zusehen. Zum zweiten eine kurze Vorschau auf die nächste Woche. Wie bereits angekündigt, wir bekommen eure Werbeclips zu sehen. Thomas Albrecht ist bei mir im Studio zu Gast und wird einerseits über das sprechen, was er tut, euch aber auch ein paar ganz, ganz exzellente Tipps für Auftritte, für Reden, ein paar rhetorische Kniffe verraten. Freut euch auf das Interview, ein ganz, ganz besonderes Highlight. Wir sehen uns am nächsten Donnerstag, hoffentlich gleich doppelt am Vormittag mit Dr. Natalia und dann zur 40. Jubiläumsausgabe der LinkedIn-Show am 14. Mai um 16 Uhr. Danke fürs Zusehen, es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, ihr bleibt der besten oder einzigen wöchentlichen B2B-Talkshow im Nachraum treu. Einen wunderschönen Donnerstag und bis morgen beim Linked Friday. B2B-Talks Vielen Dank.